Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir spielen jetzt zusammen. Wir sind in der letzten Folge, mussten wir ja zwangsweise jetzt anhalten. Ja, weil wir einen Tanklaster haben, der uns dann weggelegt. Böge, 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 Böge! Böge, 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 Böge! Vielleicht können wir gehen? Das ist verdammt dumm, Ben. Ich bin nur zu sagen. Hm, ich weiß nicht. Ich habe nicht viel Erfahrung mit dem Fordergrund, aber wir können wahrscheinlich damit ein Problem. Wir haben ein verdammt train. Das Ding ist nicht voll von Milch, Charles. Das ist Gas oder Diesel. Das wird etwas, das sich aufbauen. Das ist nicht voll. Das ist kein Problem. Das ist ein Eingang. Das ist kein Pferd. Das ist nicht. Yo! Du immer schreitst so, und du werden deine Gesichter geschenkt. Jägen euch werden nicht Probleme? Weil wir einfach immer wiederholt haben. Nein, wir sind Freunde. Put deine Hand, Katja. Das ist das, was jeder sagt. Wir wissen. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Ah, danke. Davon hab ich aber nichts, weil ich dann tot bin. So, geh da mal hoch. Führtoffs? Genau, da waren auch hoch. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Na, ist sehr vertrautend. Ich meine, jetzt ist die Leiter, ne? Ich meine, jetzt ist das, was wir brauchen. Sie sind das, was wir brauchen. Wir machen gut. Für jetzt? Was ist das, wenn... Stop es. Hey, Mann, ich bin Omid. Lee. Krista. Was ist das Problem mit dem train? Wir fahren. Oh, Mann. Das ist, ja. Ja. Was ist das? 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 Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, das ist great. See, things are looking up. I don't know her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Yeah. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, a four? Maybe two hours ago. Goddamn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. So, and we... Folks probably had their way with that van, Iwanago. But that's what you did here, actually. Federal Road Service Rescue. Is that really a rescue? Yeah, okay. Rescue... It's never a rescue. It's never a rescue. That's about the only useful thing in here. That's about the only useful thing in here. Yeah? Empty. That's what I figured. That's what I figured. Das heißt wir müssen jetzt hier noch ein bisschen umgucken oder was haben wir denn hier alles noch? Ich fahr mal überall drüber. Wir haben jetzt eine Zange und hier haben wir noch was. Nein, 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 böserlich, ostlich, so. Es ist leer, dann gucken wir uns. Let's go talk to your people, man. Oh, me? What? Ach so, wir sollen erst runter oder was? Am I gonna have to tell your people the plan or what? Okay, 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 wir gehen jetzt schon. Oh. 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 So, wir... Ja, Ben hat uns natürlich auch gesteckt, dass er schuld ist an der Sache, dass uns die Banditen überfallen haben. Aber ich finde, naja, er hat einen Fehler gemacht, aber ihn deswegen jetzt zu hassen... Hm, ich bin ein bisschen hart. Wir reden doch mal mit Chuck. Ich bin glücklich, dass jemand den Spirit hat. Ja, das freut mich, Junge. Ja, was haben wir denn anders gemacht? Wenn du darfst nicht. Dann haben wir mit ihm reden... Hast du eine klare Sicht da oben? Ja, wir sind gut für eine Wurde. Danke Gott. Wir brauchen jemanden, jemanden, die zusammenkommen und sie exterminieren oder etwas. Kann ruhig, Ben. Okay. Ja, genau. Wenn du dich erwischen lässt, dann kommen wir nochmal, denn du machen dich nochmal tot. So, äh, eine Blume haben wir übrigens da. Habe ich gerade mal so ein Länger, wie Geld's das denn? Da. Oh, hier. Kann man die pflücken? Schade, du würdest gerne Clementine schenken. Kinderfreund, Mädchenfreund, sie hier überhaupt immer wirken. So, äh, trinkt Gott einen Schluck. Kaffee? Er freut sich über sie. Ja. So, äh. Es ist Busted, aber es bedeutet etwas zu ihm. Oh, ich verstehe. Wo bist du? San Francisco. Jee, ein langer Weg zu Hause. Ich schade denjenigen da. Er wollte die große Amerikanische Rundtrip. Aber er hat ein bisschen mehr als er bargained. Ich schade denjenigen, äh? Wer ist in der Kirche der Kirche, in der Kirche, in der Kirche der Kirche? Wer ist in der Kirche der Kirche, in der Kirche der Kirche? Nichts. Wenn du mit dabei bist, ist es gut zu wissen, was du hast. Dann vielleicht nicht wir mit dabei sein. Ich bin nicht sicher, wie wir das Tank bekommen haben. Vielleicht fragst du Omid. Er liebt, dass sich die Dinge verletzt. Warte, sie ist eine Krackshot. Hast du diese Mädchen schützt? Schau, ich brauche eine Lektion. Du hast nicht einen bekommen. Es ist gut. Sie sollte sein, dass sie sich selbst beschäftigen. So. So. Gucken wir uns mal den Bahnhof an. Ich hoffe, ihr habt die Sirene jetzt nicht im Hintergrund gehört. Aber das sieht nicht gut aus. Und das soll mir jetzt was sagen. Dass es da Essen gibt. Trinken gibt. Trinken gibt. Tabak gibt. Autos gibt. Schau. So, da war Clementine. Ah, da hat man noch was. No entry. Wir dürfen da nicht rein. Das ist interessant. Aber noch wie? Versuchen wir es ja mal selber. Ja. Aber wir haben da ja noch was. Wir haben da. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vielleicht kann sie auch durch das Fenster. durch. Okay. Okay. I can see in. What do I do now? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny would probably have me pick the lock. Which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Hahaha. Hahaha. Die Kleine ist gut. I'll be there. I'll be there. Oh, herrlich. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Ja. Ach, die beiden. Das ist auch irgendwie niedlich. Oh, zeig mir dann kurz zurück. Kaffee? Mein wunderbar Kaffee. Der muss dabei sein. Ja, nur mit was? Ja. Okay, dann machen wir. Oh, passt doch. So. Ja, aber sieht wie er... Ah, kann er nicht hin? Ah, vielleicht wird die Tür offen. Ja, war natürlich klar. Gut. Gut. You okay going over the top of this fence? Ja, definitiv. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Scoot. Ähm. Behind you! Wo kommt der denn her? Fuck! Wo kommt der denn her? Fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, noch einer! Äh... 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 Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Äh... Dieses Schweinreiß hat sich eingedämmert. Er greift da mal rein, ja? Mir nix, mir nix. Ja, ich bin gestorben, ja. Okay, gut. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Scoot. Ah, jetzt ganz einfach so ruhig. Uuuuuhhh... Ich schallierte die Waffe. Nein, 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 nein. Ah, fuck! Da hab ich eh die von... Und da reißt dann schon wieder die Eingedämmere raus. Na, lecker. Schwein, du. Äh... Die sind tot, oder?